Aurore 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 Fühlt Lauf,ado? Tschüüüüühhh Was? Ja, das fehlt mir so. ALFONUS! 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 Schieber! Der hat am letzten Spieltag getroffen. Schieber hat getroffen. Am letzten Spieltag doch. Am letzten Spieltag kannte er gar nicht. Wo spielt er denn noch? Die Schulter hat er mal. Was ist das denn für eine Kirsche? Oh Mann, das war aber schwach. Was ist das denn für eine Kirche? Ich glaube sogar, sie zusammen in einer Ingwerin waren. Weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass die hier noch eine gute Beleitung sind. Ich habe mir auf das Verflugzeug gedacht. Also, wir gehen das Vorschein direkt auf. Weil es hieß, dass das Vorschein zum Beispiel gar keine Meldung hat. Also, wir gehen das bitte. Geil! 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 Beobachtung! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Mann. 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 Oh, Mann.